Hallöchen! Willkommen zurück zu Minecraft. Geht direkt weiter hier mit Folge 5 glaube ich und wir haben ja ein schönes Sumpfbiom gefunden. Ach ja, dann gucken wir gleich mal, ob wir hier ein paar Slimer finden werden. Schöne Slimer. Wo war ich überhaupt stehen geblieben? Wir hatten die Türen hier eingebaut und genau, eine Kiste müssen wir noch machen. So, falls wir doch sterben, wir machen die erstmal. Kommt, da so hin. Hätte die kräftigen Teile bei letztem Mal auch irgendwie da hin. Egal, so. Das ist erstmal alles rein. Blümchen hier rein. So, Fakten. Nein, den müssen wir mitnehmen. Müssen wir essen, muss ich auch mitnehmen. Blaue Orchidee. Kommt auch da rein. Gieß rein, das da rein. Bruchstein hier rein. Pfeil. Ne, für die Hexe brauchen wir das. So, Eichenholzbredder. Was kommt da rein? Bett. Stellen wir da irgendwo auf. So, Tür brauchen wir nicht. Stellen wir das Bett erstmal hier so hin. Warum? Moment mal. Habe ich noch? 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 Habe ich noch Holz? So, noch ein bisschen hier. Treppen. So, dass wir hier hoch gehen können. So. Und jetzt gehen wir raus. Und gucken wir mal, ob wir ein paar Slimer finden werden hier. What? Das hat sich angehört wie ein Enderman. Ich soll noch mal den Bogen anlegen. Das ist ein Apfel, den nehmen wir natürlich mit. So, ich hoffe wir verlaufen uns nicht hier. Sicherheitshalber nochmal Koordinaten eingespeichert. So, und äh, gibt es hier Slimer? Oder haben wir jetzt so einen Sumpfbiom, so eine Ecke gefunden, wo die überhaupt nicht spawnen? Das wäre natürlich blöd. Oder spawne jetzt nicht, weil das regnet. Kann das auch sein? Wisst ihr das vielleicht? Da ist eine Hexe. So, schön getroffen. Die sieht uns immer noch nicht. Hexe ist down. Und eine Zombie noch weg hier. Nein! Ich habe ihn doch gehört. Ich wusste, da kommt doch irgendwas. Mann. So, wo ging es jetzt nach Hause? Oh Mann. Da. Okay, alles klar. Hm. Da! Slimers! Alles voll Slimers! Schaut euch das an! Oh, herrlich, herrlich, herrlich! Da hüpfen sie doch! Nice! Endlich! Slimers! Am Start! Wow! So, natürlich aufpassen mit dem anderen Monster hier! Da ist noch ein Skelett. Ein bisschen dunkel, ne? Kann man eine Fackel hier hin machen? Wow, 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 wow! Slimer! Und wieder grinst, wa? Jetzt ist er down! Endlich, hier sind jetzt schöne, schöne Schleimballs! Natürlich XP! Ich weiß gar nicht, wie viel brauche ich, aber wie fähig ich nämlich mit? Müsst du mal gucken! So, hier sind noch klein alle rum! So, ich muss doch mal was essen! Stimmt, ja, bei der Höhleneingang, ne? Wow, ich bin ja grad mal neugierig, wo geht's denn da runter? Oh, nee, Moment, wir müssen das gleich mal machen, aber erstmal haben wir ein bisschen Licht! Hallo, kleine Slimer! Hier hüpft doch auch noch irgendwo einer! Da hüpft noch was! Viele Slimer, oh, wir haben schon 21 Slime Balls! Wunderbar! Komm, wir gehen erstmal in die Höhle! Da ist noch XP, das muss man natürlich auch mitnehmen! Und ein kleiner Slimer hüpft hier auch! Hallö, du kleiner! So, da ist noch was! Gibt es noch irgendwo noch? Da! Genau! Da geht's auch runter! Hier geht's ja überall irgendwo runter, ne? Ne, da nicht! Okay, es wird langsam wieder hell! Glaube ich! Sieht zumindest so aus! Das ist doch ein Skelett! Aber wir haben ein paar Slime Balls schonmal! Das ist schonmal gut! So, hier ging's doch irgendwo runter in die Höhle! Wo waren wir jetzt? Hier? Ja! Und was essen! Wir müssen was essen! Ich muss immer fuddern hier! Zack, 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 zack! So, aber hier geht's nicht so... Da habe ich ja irgendwo noch einen Zombie! Nicht so tief runter, ne? Ach, da geht's weiter runter! Alles klar! Hier erstmal ausleuchten! Okay! Da geht's auch noch durch! Aber wir schauen erstmal hier hinten! Fackeln habe ich auch noch ein paar Stück! Ah, ist doch schön! Ich bin echt voll zufrieden, dass wir endlich hier Slime Balls gefunden haben! Beziehungsweise Sumpfgebiet! So, hier kann man denn, wenn man Kohle braucht, Kohle ist abbauen! Hier geht's noch nicht weiter runter! Hm, okay! Du, 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 du! Ich glaube, den Stecken machen wir denn voll! Der werde ich noch eine Nacht abwarten! Obwohl, jetzt dauert das ungefähr wieder acht Minuten, bis das wieder dunkel wird! So, nehme ich die Kohle noch mit hier! Das Eisen nehme ich auch noch mit raus! So, und jetzt wollen wir wieder nach oben! Ne, da ging's ja nicht nach oben! Gucken wir nochmal, was da hingeht! Okay! Ach, hier ist wieder so ein anderes Material! Das ist doch das hier! Wie heißt denn das? Warte mal! Ach, das ist Diorite! Die Dingsbums da! Ne, brauche ich jetzt nicht! So, wo geht's denn wieder raus? Jetzt habe ich das wieder abgebaut! Nein, will ich nicht mitnehmen! So, kann man gucken, wo es wieder raus geht! Irgendwo auf jeden Fall! Irgendwo nach oben! Oh, viel Eisen hier! Nehmen wir natürlich mit! Oh, noch mehr Eisen! Was ist hier los? So, ist aber schnell wieder raus! Ist Tag, ne? Ja, ja! Ich glaube, jetzt finden wir keine Slimer! Hm... So, muss ich nur noch gucken, wo es nach Hause geht! Die Höhle, die werden wir vielleicht irgendwann nie wiederfinden! Glaube ich nicht! Egal! Wir müssen da nicht unbedingt rein! Ähm, jetzt muss ich nur noch gucken, wo unser Lager war! Das muss hier links, ne? War das hier links oder so? Ja! Schön, schön, schön! Dann werde ich gleich mal einlagern! Schön, schön, schön! 22 mal Slimeball! So, Faden! So, Faden! Ein Bogen getroppt! Okay! Schöner Bogen! Hm, blau ich die! Spinnauge! Ein Apfel! Lassen wir mal ein Inventar! Ah, hier haben wir wieder sowas hier! Andere sieht! Hm! So, Eichensetzling! So, was können wir jetzt noch machen! Eigentlich muss ich ja jetzt warten, bis das wieder Nacht wird! Ich überlege gerade! Ich könnte noch ein paar Seerosenblätter sammeln hier! Die sollen ja auch mit! Kann man nämlich immer auch schön mit dekorieren! Das wird davon ungefähr auch nachher ein Stack mitnehmen! So, und ich denke mal eine Nacht werden wir noch abwarten! Also in der nächsten Folge noch eine Nacht! Passt ja auch, ne? Und ich glaube, das wäre dann schon die Folge Nummer 5! Und da werde ich noch einmal Farming machen in der Nacht! Und dann, ja, darauf die Folge! Das wäre dann Folge Nummer 6! Also von der Spezialfolge! Und in Folge 6! Äh, ja! Da kehren wir dann wieder nach Hause zurück! Und bringen alles... Ja, nach Hause! Falls wir auch alles mitkriegen! Ja! Aber ich habe ja die Koordinaten gespeichert! Und zur Not können wir ja nochmal wieder hier zurückkehren! Äh, zurückkehren! Wir haben noch einen Stecken! Von den Seerosenblatt! Bzw. Seerosenblätter gesammelt! Knappen Stecken! Ähm... Ofen! So! Du, 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 du! Ofen, Ofen, Ofen! Wir bauen uns einen Ofen! Da muss natürlich Kohle rein! 1, 2, 3, 4... Das reicht, ne? Und dann haben wir da Eisen! So! Das lassen wir kurz mal hier schön durchbrutzeln! Währenddessen kann ich mit der Nase kratzen! So! Wir brauchen... Ne, drei brauchen wir, ne? Drei, glaub ich! So! Gleich ist der dritte auch fertig! Und dann machen wir uns mal ne Schere! Wunderbar! So! Ach nee! Ja! Ja! Obwohl! Ah! Einmal! Für Milch! Ja! Milchschlöffn! Ja! So! Ach nee! Äh! Komm! Dann machen wir uns einen Eimer! Okay! Dann brauche ich nochmal... Zweimal Eisen! Äh! Dankeschön! Zweimal Eisen! Das ist nämlich für eine Schere! Habe ich mit ihr aber voll vergessen! So! Du, 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 du! Nimm uns auch ein paar von den... Wie heißen die denn? Das sind ja alle wieder heißen, ne? Komm, wir brauchen die mal ab hier! Ranken! Mensch! Ranken sind das! Sag mal das denn keiner! Falls das schon einer beantwortet hat in der vorigen Folge, dass es Ranken sind, tut mir leid, ich habe ja jetzt äh komplett aufgenommen, also zwei Folgen am Stück aufgenommen. Also falls das schon einer in der letzten Aufnahme da... letzte Folge beantwortet hat, dass es Ranken sind, nochmal danke dafür, ne? So! Auf dem Stacken Ranken nehme ich den auch mit! Sag mal ein Timer! Oh, wir haben noch Zeit! Paar Minütchen! Auf dem Stacken, die 20 Stück, das würde eigentlich... Das würde schon reichen! Weil die brauchen wir ja dann mal irgendwo zu Hause oder irgendwo bei uns am Haus oder irgendwo anzubringen! Die wachsen dann natürlich von alleine weiter! So, ich denke mal, das reicht! Ja, die Sonne geht auch langsam unter, wie man sehen kann! So, die Ranken, doch das reicht! Oh, da gibt es ja viele Ranken! Oh, ich glaube, ich gehe da nochmal hin! Die wachsen natürlich jetzt hier wie verrückt, weil wir natürlich hier im Bereich sind! Also im... nennt sich das nochmal? Chunk-Bereich! Deswegen ist ja alles natürlich in Gange und wächst vor sich hin hier! Sooo! Auf jeden Fall komme ich jetzt mal zum Ende und... Und... oder warte ich noch bis dunkel wird? Ne, das machen wir beim nächsten Mal! So ungefähr ein, zwei Minuten und ist das dunkel! Jo, wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch ein Abo da! Ich wollte gerade sagen, lasst mir ein Abo nach oben da! Äh, Leute! Ja, lasst mir einen Daumen nach oben da! Und... Bis zur nächsten Folge! Bis dann, liebe Leute! Tschüss! Bis zum nächsten Mal!